Mein Vater hat uns immer erzählt, dass er fast alles über Kosovo erzählt hat. Er hat uns gesagt, dass in Kosovo unter der Erde Gold hat. Wir haben uns immer vorgestellt, dass wirklich, wenn man in Kosovo geht und die Schuffele startet, wir können ja Gold finden. Aber es war wie ein Märchen. Alles, was er uns erzählt hat, war wie ein Fernseher oder ein Film.